einem sogenannten Reiter gewidmet, also einer Schwungfigur, die zum klassischen Standard gehört und die solltet ihr auf jeden Fall mit drauf haben. Wir zeigen mal, wie das Ganze läuft mit einem Platzwechsel vorneweg. Zeig mal, das sollten wir mindestens machen. So, es gibt einen Punkt, den müsst ihr treffen und dann läuft der Reiter. Und zwar, wenn wir hier aufeinander zugehen, rück, vor, wechsel, schritt. Das A und O ist, dass wir hier mit den Füßen, meinen linken und da noch rechter Fuß, nebeneinander stehen, weil das ist unser Drehpunkt, mit dem wir uns drehen und wieder auseinander kennen. Also, wir gehen vor, rück, vor, wechsel, schritt. Wir sind hier ein bisschen raus, haben ein bisschen Spannung, ziehen die Damen her und laufen im Wechselschritt wieder zurück. Das ist eine Schwungfigur. Damit uns die Dame nicht entgleitet, haben wir auch einen speziellen Griff dafür. Ihr seht, ich greife hier rein und schließe mit Daumen und Zeigefinger über die ganze Hand. Und die Dame greift dann auch. Also während des Platzwechsels, den ich zum Einladen mache, rutsche ich hier mit meinem kleinen Finger zwischen den Daumen, macht zu und haben so einen Akrobatengriff. Platzwechsel, Akrobatengriff, schritt, schritt, wechsel, schritt. Und dann, schau. Und das Ganze rund im Takt. Schritt, schritt, umgreifen. Schritt, schritt, wechsel, schritt, wechsel, schritt, wechsel, schritt, wechsel, schritt, 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 schritt. Es ist hilfreich, wenn ihr mit Schritt, Schritt nach vorne geht. Schritt, Schritt. Damit ihr hier bei dem Wechselschritt in der halben Drehung mit der Schildmut vorwärtskommt. Und ich kann nicht so große Weg zu bewegen. Wenn ihr hier raus drücken lassen, gerade. Reiter ist keine runde Figur. Reiter geht auf Linie. Wir haben die Linie hier und die wir raus. Okay, jetzt zeigen wir das einmal noch in Zeitrufe. Und dann sollte es funktionieren. Hand wechseln und umgreifen. Schritt, schritt, wechsel, schritt, wechsel, schritt, 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 schritt. So, dann dreht es mal. Aufhören, einfach loslassen. Na dann, viel Spaß beim Lüben. Das macht ja immer. Das läuft noch. Vielen Dank.